Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars und Republic mit unserer tapferen, helle Seite Marodeurin. So, wir sollen jetzt begib dich zur Luftschleuse deines Schiffs auf Voss. Das werden wir doch jetzt gleich mal machen. Aber vorher verticken wir hier nochmal ein bisschen Schrott. So, warte mal. Kleiner Einflussgewinn. Keiner von meinen Teamkameraden kann mit denen was anfangen. Die Planetenmodelle. Gut, da pein ich das über dieses Verwächtnisslager. So, dass irgendein anderer von meinen Charaktieren schnappen. So, wat nu? Gleich geht's besser. Sprich. Ich bin hier, um den Gefallen zu begleichen. Mit Wissen und einer Warnung. Das dunkle Herz ist Selmakors Gefängnis. Ich existiere, um seine Flucht zu verhindern. Durch euch habe ich erfahren, wie Selmakor für immer verbannt werden kann. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Das klingt nach einer ehrenvollen Aufgabe. Wenn Selmakor entkommt, ist alles Leben in Gefahr. Was verlangt seinen Tribut. Ihr habt mir geholfen. Daher verrate ich euch ein Geheimnis. Seid gewarnt. Einer der euren wird euch verraten. Sagt mir, wer es ist. Hier endet die Vision. Ihr müsst sie deuten. Was sagt euch lebewohl? Einer meiner wird mich verraten. Also einer von meinen Teamkameraden. Ist also... Ein Verräter. Ah, okay. Warten wir es mal ab. Wir sind gespannt. Warten wir es mal ab. So, jetzt wollen wieder... Piers, Quinn, Brunmark, Vett, Jessa... Alle wollen sie jetzt mit mir reden. Gut, dann fangen wir mal mit den neuen Zottelheinen hier an. Ah, Quatsch. Die Tals sind auf die Friedensversprechen der Republik hereingefallen. Bald lassen sich deine Leute willenlos herumschubsen. Wir werden nicht aufhören, bis die Republik dezimiert ist. Tiver ist gut gelandet. Sie trifft sich jetzt mit einem Moth, der im Outer Rim stationiert ist. Er soll aber um die 60 sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wichtig ist nur, dass sie sich verstehen und Gefühle füreinander haben. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht. Wie auch immer, der alte Moth hat wohl jede Menge Kontakte im imperialen Geheimdienst. Und ich glaube, er hilft ihr Mutter zu finden. Ich träume immer noch von der Nacht, als sie mich ihr weggenommen haben. Sie kamen und zerrten mich von meiner Schlafmatte. Ich habe nur geschrien und geschrien. Du hast Tiver gefunden und schon bald wirst du deine ganze Familie wieder vereint haben. Hoffentlich. Es ist schön zu wissen, dass sie an mich glaubt. So, dann reden wir jetzt mal mit Quinn. Captain, habt ihr Neuigkeiten? Wie steht es um eure Bemühungen beim imperialen Oberkommando? Nicht gut, mein Sith Lord. Ich bin so weit nach oben vorgedrungen, wie ich konnte. Niemand will Moth Breusk herausfordern. Er ist zu mächtig und zu gut geschützt. Er wird dienen, bis er stirbt oder freiwillig zurücktritt. Und das wird er wohl niemals tun. Ich sehe schon. Ich muss mich selbst um Breusk kümmern. Ein für allemal. Haltet euch alle Optionen offen. Ich denke auch, dass man Breusk konfrontieren muss. Aber ihn zu töten wäre der letzte Ausweg. Ihr seid berufen, Quinn. Zieht los. Ich bin bereit, mein Sith Lord. Mein Sith Lord, ich bin zurück. Ich fand Moth Breusk auf einem Vergnügungsschiff. Es toben unzählige Schlachten und er lässt es sich gut gehen. Widerlich. Ich habe ihn entführt und hergebracht, um ihn euch zu präsentieren. Schandfleck! Verräter! Sith, ich beschlagnahme euer Schiff und eure Crew. Und euch dazu! Alles gehört jetzt mir! Ein trauriger Handel. Ihr seid stillbesprechend, das mit Quinn-Ära. Seht ihr, wer euch besiegt hat? Ihr habt diesem Mann Unrecht getan. Und nun hat er euch in der Hand. Nein! Niemals! Unmöglich! Ich habe ihn verstoßen und ins Exil geschickt. Da hinsiechen sollte er. Ihr seid jetzt mir unterstellt. Ich befehlige euch alle! Tötet! Tötet euch selbst! Ich will es so! Mein Sith Lord, ich habe mich dagegen gewehrt. Aber dies ist eine persönliche Angelegenheit. Bitte um Erlaubnis, den Moth zu exekutieren. Unbedingt! Er sollte euch gehören. Wie ihr befehlt. Ihr könnt mich nicht töten! Ihr seid nichts! Ich bin ein Moth! Das war einmal. Nein! Schandflecke seid ihr! Abschaum! Die Leiche ist beseitigt, mein Sith Lord. Moth Bräusks Leute werden nie wieder unter seinen Launen und seiner Unfähigkeit zu leiden haben. Danke, dass ihr das durchgezogen habt. Für das Imperium ist es besser so. Genau das denke ich auch. Gut! Der Eierkopf, der wird uns nicht mehr nerven. Ich habe gerade die Treibstoffeinspritzung des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs getäuert. Meister, mich bedrückt etwas. Es geht um Aufseher Emmerich. Seine Arbeit ist so wichtig, Sith-Akolyten auszubilden, insgeheim die helle Seite zu umarmen. Ich spüre, dass er nicht mehr lange in der Lage sein wird, sich zu verstecken. Wenn wir ihm nur helfen könnten, einen sicheren Weg zu finden, um seine Bemühungen fortzusetzen. Wir sollten das zu unserer Priorität machen. Es wäre jedenfalls keine Zeitverschwendung. Wie ihr mich gelehrt habt, kommt es allein darauf an, dass wir es versuchen. Ich werde mich voll und ganz dieser Sache widmen. Vielleicht wird sich ein Plan auftun. Ich bin jetzt fast bereit für den Angriff auf die Bastion. Es fehlt nur noch die Sicherheit. Man braucht einen guten Techniker, um die republikanischen Systeme auszuschalten. Unserer heißt Sergeant Allos. Kam als Rekrut zu uns. Versucht ständig, sich zu beweisen. Hätte ihn fast ruiniert, als das Tarnkommando aufgelöst wurde. Er hat versucht, seinen Kummer in der nächsten Kantina zu ertrinken. Als ich ihm von der Bastion erzählte, war er aber ganz schnell wieder nüchtern. Der Sergeant wurde dem Tarnkommando sicher nicht grundlos zugeteilt. Lorand hat ihn gefunden. Er war gerade dabei, seine eigene Dienstakte zu hacken. Arlos konnte kaum einen Blaster halten, als er zum Tarnkommando kam. Wir haben ihn ermutigt, seinen Verstand einzusetzen. Nach unserem letzten Angriff wurde er Sergeant. Könnte wieder eine Beförderung drin sein, wenn bei der Bastion alles gut läuft. Euer Sieg wird von seiner Leistung abhängen. Die Bastion verfügt über ein paar starke Sicherheitsmaßnahmen. Alarmanlagen, Kameras, Geschütze, das volle Programm. Wenn jemand da dran vorbeikommt, dann Arlos. Ich habe vor ein paar Tagen von dem Jungen gehört. Er meint, er hat ein paar wichtige Informationen. Er hörte sich noch nervöser an als sonst. Wir finden heraus, warum. Aber ich kann doch nichts für billige republikanische Tricks. Wer benutzt denn schon einen geschlossenen Schaltkreis? Und das in der Bastion? Da habe ich von meinem Sturmgewehr schon bessere Ausreden gehört. Habt ihr die Pläne schon besorgt? Nein, ja, zum Teil. Ich habe den Plan vom Erdgeschoss. Das sollte reichen, um zur Zentralsteuerung zu kommen. Und welche Überraschungen erwarten uns dort? Das sollte eigentlich eure Arbeit sein, Arlos. Wenn das Tarnkommando so arbeitet, bin ich ganz und gar nicht beeindruckt. Aber wenn ihr ihren Code sehen könntet, mein Sith Lord. Geschweige denn ihre Schaltung. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir aufgelöst wurden. Euch! Eine Sache könnte ich noch versuchen. Es ist riskant. Aber ich würde ihre gesamten Systeme übernehmen. Die Bastion wird uns gehören, noch bevor wir sie überhaupt betreten. Gebt mir noch eine Chance. Das hoffe ich. Wenn ihr das vermasselt, knöpfe ich euch mir persönlich vor. Und jetzt wieder an die Arbeit! Die Pläne sehen gut aus. Bei voller Kontrolle hat die Republik keine Chance. Der Junge hat das gut gemacht. Aber sagt ihm das bloß nicht. Sonst wird er noch schlampig. Ich muss ihn in Topform halten. Kein Offizier des Imperiums würde einen Fehler von ihm dulden. Und auch kein Sith Lord. Wenn Arlos nicht lernt, könnte ihn das seinen Kopf kosten. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Das Team ist bereit. Sobald General Rakton den Befehl gibt, schlagen wir zu. Hoffen wir, dass das bald geschieht. Ich brenne darauf, die republikanischen Flaggen in Flammen zu sehen. Ja, erst wird Leib und Seele ein Imperialer. Gut, und jetzt benutzen wir mal das Holo Terminal. Aber die Rituale brauchen ihre Zeit. Gut gemacht, Zorn. Der Imperator ist zufrieden. Doch die Zeit steht niemals still. Die Dinge entwickeln sich rascher. Mit der Hilfe des Armageddon-Bataillons hat Darth Wovron im Kampf um Corellia Fuß fassen können. Nun hängt alles von Wovrons Überleben ab. Barras muss ihn töten, um zur Stimme des Imperators ernannt zu werden. Wenn Barras erledigt wäre, müssten wir uns um den Rest gar nicht mehr kümmern. Momentan ist er unantastbar. Aber Wovron kann euch Zugang zu ihm verschaffen. Barras hat Darth Wovron dem Tod geweiht. Attentäter wurden ausgesandt. Ihre Mission muss scheitern. Wir werden mehr Informationen sammeln und euch in Kenntnis setzen, sobald ihr auf Corellia angekommen seid. Ich fürchte, wir können momentan nicht nach Corellia. Das Imperium hat per Kriegsrecht das gesamte System gesperrt. Ich möchte sehen, wer sich traut, sich mir in den Weg zu stellen. Die Blockade kann nicht durchbrochen werden. Die imperiale Flotte wurde mit speziellen Transpondern ausgestattet. Jedes Schiff ohne solch einen Sender würde sofort auffallen. Von einer solchen Anordnung habe ich noch nie gehört. Ich habe Barras Kommunikation überwacht, Lieutenant. Er hat den Befehl erst kürzlich gegeben. Wahrscheinlich, um uns von Corellia fernzuhalten. Ohne einen Sender mit Freigabe für Corellias Orbit werden wir abgefangen, sobald wir das System erreichen. Aber ich glaube, dass ich eine Lösung habe. Es sollte nicht besonders schwierig sein, einen Sender zu beschaffen. Wie immer ist euer Geist scharf und klar. Ich habe eine Übertragung abgefangen, die einem Klasse-A-Raumschiff in der Nähe Zugang zu Corellia gestattet. Da haben wir ja Glück. Das kann man wohl sagen. Wir können an Bord gehen und uns Ihren Sender holen. Sie werden sich nicht so einfach davon trennen. Wir müssen mit gezückten Waffen reinstürmen. Viele imperiale Kameraden werden sterben. Mir gefällt es auch nicht besonders, Lieutenant. Mir auch nicht, aber es ist ein notwendiges Übel. Wir können die Verluste so gering wie möglich halten. Ich kenne die Baupläne von Klasse-A-Raumschiffen auswendig. Ich könnte Euch an Bord begleiten und Euch direkt zur Transponderstation führen. Es ist nur ein Vorschlag. Aber es würde die Dinge beschleunigen. Quinn ist der Verräter. Pierce sagt, er hat von so einer Anordnung noch nie irgendetwas gehört. Und... Ne, ne, ne. Und jetzt auf einmal... Oh, wir können... Kommt er an. Wir können nicht nach Corellia. Bla, bla, bla. Quinn ist der Verräter. So, jetzt verticken wir nochmal ganz schnell. So, warte mal. Jetzt packen wir mal hier in das Vermächtnislager. Ja, mal. So. Ach, nee, Quatsch. Ich muss doch erstmal hier reisen, muss ich hier. So, warte mal. Ich will denn jetzt einfach mal... Quinn mit. Oder der wird wahrscheinlich automatisch mitgenommen werden. Zumal ja der Voss auch gesagt hat, einer der... Vielleicht geht's besser. Na, den nehme ich jetzt... Bis bald. Ich bin hier wie gewünscht. So. Weil der Voss ja auch gesagt hat, einer der meinen da... ...werf mich verraten. Guck mal, hier sind gar keine Soldaten. Nichts, nur ein paar... Okay, gut. Da sind wir dran. Warte mal, wir machen das doch mal wieder so. So, upsala, hier muss ich nicht hin. Also, ein paar Druiden läuft hier nichts rum, also... Wo ist denn jetzt hier die Besatzung? Mein Sith Lord, ich bedauere, dass unsere Wege sich trennen. Aus Respekt wollte ich dabei sein, um euer Schicksal zu erleben. Habe ich doch gesagt. Das hört sich nicht gut an. Ihr macht das immer so dramatisch. Was soll das heißen? Welches Schicksal, Quinn? Wovon redet ihr? Das ist sehr schmerzhaft für mich. Aber das alles war eine Falle. Es gibt kein Kriegsrecht und keinen speziellen Signalsender. Varas ist mein wahrer Meister. Ich habe euch hergelockt, um euch zu ermorden. Ich habe für euch gekämpft, ja. Warum auch nicht? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Ich habe euch sogar geholfen, Moff Breusk auszuschalten. Ihr habt mir sehr geholfen, ja. Deshalb handle ich heute schweren Herzens. Aber ohne Varas hätte ich überhaupt keine Karriere machen können. Ich wollte nicht zwischen euch wählen müssen, aber er hat mich dazu gezwungen, und ich muss mich auf seine Seite schlagen. Sobald ihr tot seid, wird eure Crew sich entweder Varas und mir anschließen oder sterben. Varas denkt nur an sich. Varas widersetzt sich den Imperator. Ihr seid ein Narg, Quinn. Ihr wisst, für wen ich jetzt arbeite, Captain. Wenn ihr auf Varas Seite steht, seid ihr gegen den Imperator persönlich. Der Imperator herrscht, aber er ist nicht hier. Varas tut, was jeder echte Patriot tun würde. Nachdem ich euch die ganze Zeit im Kampf beobachtet habe, kenne ich eure Stärken und Schwächen zur Genüge. Diese Kriegsdroiden wurden speziell für den Kampf gegen euch programmiert. Ich habe eine Chance von beinahe 0% berechnet, dass sie versagen. Klingt übel. Ich weiß, wie gründlich ihr seid, Quinn. Ich bin sicher, das wird meine größte Prüfung. Und wenn ich recht habe, eure letzte. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste, mein Sith Lord. Die Dinger halten ja gar nichts aus. Was ist schiefgelaufen? Ich habe alles genau berechnet. Ihr solltet tot sein. Mich kann man nicht töten. Ihr habt versagt. Geht nicht zu haben mit euch ins Gericht. Das beweist eure Unfähigkeit. Ich bin besser ohne jemanden dran, der so einen Fehler macht. Vielleicht habt ihr recht. Ich habe euch verraten. Mich mit eurem schlimmsten Feind verschworen. Ich erwarte keine Gnade von euch. Ihr werdet überleben, gerade so ihn würgen. Ihr seid immer noch nützlich für mich. Ich kann gnädig sein. Ich verstehe eure Verwirrung. Barras kann sehr überzeugend sein. Ich vergebe euch, Quinn. Mein Sith Lord. Ich bin äußerst dankbar. Darth Barras hätte mir niemals derartige Vergebung zuteilwerden lassen. Wenn ihr mir gestattet, weiter unter euch dienen zu dürfen, werdet ihr meine Hingabe niemals wieder hinterfragen müssen. Ich werde euch dennoch im Auge behalten. Natürlich, mein Sith Lord. Diese Unterbrechung hat euch lange genug aufgehalten. Ich kann es kaum erwarten, zum Schiff zurückzukehren und das hinter uns zu lassen. Das Schiff ist da drüben. Macht euch bereit für den Abflug. Ich werde in Kürze folgen. Natürlich, mein Sith Lord. Eine Sache noch, mein Sith Lord. Werdet ihr den anderen sagen, was geschehen ist? Ihr hättet keine Autorität mehr. Sie werden das irgendwann erfahren. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Ja, ne, wir wollen mal Geheimnis sichern, ne? Keine Sorge. Das wird nur zwischen euch und mir bleiben, Quinn. Das weiß ich zu schätzen, mein Sith Lord. Ich sehe euch auf dem Schiff. So. So, will jetzt wieder irgendeiner mit mir quatschen? Ja. Quinn will quatschen. Pierce. Und Bett. Mit denen reden wir jetzt nochmal. Sie hat sie gefunden. Sie hat sie gefunden. Mutter wurde vor Jahren an einen Hutten auf Tatooine verkauft. Sie arbeitet dort in einem kleinen Geschäft. Tibber hat sie gefunden und ist schon auf dem Weg nach Tatooine. Wir müssen sie treffen, so schnell es geht. In Ordnung. Nur etwas Geduld. Natürlich. Wir bringen nur noch unsere Angelegenheit hier zu Ende und machen uns dann auf nach Tatooine. Ihr seid die Beste. Oh, und Tibber hat euch nicht nur die Credits geschickt, die ihr ausgegeben habt, um sie von diesem schrecklichen Ort zu befreien, sondern auch ein Geschenk. Eine kleine Geste von ihrem alten Muff. In Ordnung. Sobald wie möglich. Tatooine. Ich frage mich, was Mutter jetzt wohl von mir denken wird. So, jetzt reden wir mal mit Pierce. In das Gespräch mit Quinn heben wir uns dann für den Schluss auf. Ich habe eine gesicherte Nachricht von General Raktorn erhalten. Das werdet ihr hören wollen. Mein Sith Lord. Ich habe die Meldung von Lieutenant Pierce erhalten. Ich habe das Tarnkommando wieder eingeführt und das Team von seinen bisherigen Pflichten entbunden. Wenn alle Vorkehrungen getroffen wurden, habt ihr die Freigabe durch das Imperium, die Bastion zu stürmen. Ich hatte schon sowas im Gefühl. Kaum zu glauben, dass es endlich losgeht. Spielt den Rest ab. Ich will Raktons vollständige Einweisung hören. Aufgrund der massiven republikanischen Präsenz bei der Bastion haben wir besondere Vorkehrungen getroffen, um das Team von Pierce in Reichweite zu bringen. Ihr werdet eine Fähre mit republikanischen Verstärkungen infiltrieren, die in das Gebiet unterwegs ist. Wir haben die entsprechende Tarnung bereits vorbereitet. Das Überraschungsmoment ist entscheidend. Daher muss ich euch bitten, zurückzubleiben, mein Sith Lord. Eure Anwesenheit würde unsere Pläne verraten. Das soll wohl ein Witz sein, unsere Pläne verraten. Es wird ja wohl eine republikanische Uniform in meiner Größe geben. Sie werden Jedi dabei haben. Keine Uniform könnte eure Macht verstecken. Ihr habt diesen Angriff ermöglicht, mein Sith Lord. Die Ehre gebührt euch, falls Pierce mit seinem Team erfolgreich ist. Das Imperium vertraut den Sieg dem Tarnkommando an. Ich hoffe, dieses Vertrauen wird nicht enttäuscht. General Raktor, Ende. Das Team hat seine Anweisungen. Ich muss jetzt gehen, wenn ich rechtzeitig am Treffpunkt sein will. Wenn die Bastion fällt, wird die Republik unsere Macht erkennen. Und auch das Imperium. Genau so mag ich es. Das Tor ist offen, die Sicherheit ausgeschaltet und ihr Kommandant tot. Die Bastion gehört dem Imperium. Willkommen bei einem Sieg des Tarnkommandos, mein Sith Lord. Schlechte Chancen, großer Gewinn, keine Überlebenden. Die Tarnkommandos, mein Sith Lord. 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 Ich sorge dafür, dass ihr alle einen Orden erhaltet. Das ist gut. Die Bastion war kein Routineangriff. Es gab ein paar Probleme. Tarnidos Waffe hat an Energie verloren. Ein paar von Dorans Leuten sind gestorben. Arlos hat beim Hacken ein System ausgelöst. Ich habe selbst auch was abbekommen. Wird eine Zeit dauern, bis das geheilt ist. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich für eine umfassende Nachbesprechung bereit bin. Gut, dann reden wir jetzt nochmal mit Quinn, den alten Verräter. Wenn der mich normal verraten sollte, dann mache ich ihn platt, wenn ich die Klinge dazu bekomme. Ich sammle Berichte von allen imperialen Truppen. Unter den Leuten herrscht allgemeine Erleichterung darüber, dass Moff Breusk nicht mehr eingreifen kann. Ich bin sicher, das erleichtert euer Gewissen. Ich sehe keinen Konflikt in meinen Handlungen. Breusk war eine Geißel des Imperiums. Ihr zeigt mir da ein neues Ideal auf, mein Sith Lord. In Zukunft improvisiere ich mehr. Ich glaube, es wird mich zu einem besseren Offizier machen. Worauf ihr euch verlassen könnt, Quinn. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Sith Lord. So, Posts habe ich auch. Dann wollen wir da auch nochmal schnell reingucken. Darth Severin, der gibt mir eine Entschädigung. Wofür? Der ist aus Wüten auf mich. Tagelange geduldige Verhandlungen, endlose Geschenke und heikle politische Manöver. Sowohl in Voska als auch in Cassidy. Und dann sagt ihr einen Satz und unsere gesamte Stellung auf Vosk bricht zusammen. Die Vosk sind nicht mehr daran interessiert, über ein Bündnis gegen die Republik zu diskutieren und konzentriert sich jetzt auf die Gormax. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden. Der einzige Vorteil in diesem Desaster ist, dass uns die Vosk-Mystiker mittlerweile etwas geneigter sind. Eure Entdeckung ist von allgemeinem Interesse, genau wie ihr. Ich kann mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, warum, aber die Mystiker werden nicht zufrieden sein, bis ihr eine Belohnung erhalten habt. Da großes Interesse besteht, unsere Lage hier nicht noch weiter zuzuspitzen, habe ich sowohl das Geschenk beigefügt, als auch die große Bitte, dass ihr die Zukunft des Imperiums von jetzt an vorsichtiger behandeln möchtet. Ha, von wegen, nieder mit dem Imperium. So, also ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn's gefallen hat, däumchen Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye. Bye.